Willkommen bei ProfiSchnap.de Heute zeige ich Ihnen das für mich beste Bettsofa der Welt und zwar Messina von Bali aus Bad Lippspringe aus dem schönen Ostwestfalen in einem Hochwertstoff, Flachgewebe, Schakarstoff, Rost Was kann Messina? Nun, es ist ein formschönes, kubisches, klassisches Sofa unvergängliche Optik und einen wirklich festen, aber nicht zu festen Sitzkomfort Ich sitze gut drauf, ich habe hier eine schöne Armlehne und jetzt kommt es, ich habe eine ganz einfache Funktion Ich ziehe hier eine Hand, greife hier, greife da, das kann jede Frau Zack, habe ich ein Bettsofa mit Fläche für zwei Personen Sehr gut, sehr, 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 sehr gut Sie haben hier eine sehr hochwertige Kalschaubankratze Ich glaube, die hat eine Gelauflage sogar, ja, wunderbar Also oben etwas softer, dann fest und hier haben Sie einen Ergoflex Holzlattenrahmen in der Hauptzone Sehr, sehr hochwertig gemacht Mit einem Griff ist die Sache wieder zusammen Zum Transport kann ich die Armlehnen und das Rückenteil abnehmen sodass das Gewicht sinkt nach die Vermaßung Messina ist nicht billig So in dieser Luxusausstattung zahlen Sie vielleicht so zwischen 2.000 und 2.400 Euro im Fachhandel Bei mir wesentlich weniger, weil dieses Stück ist das Messestück von der Internationalen Möbelmesse in Köln im Januar diesen Jahres Also, einmal habe ich es Messina, tun Sie sich Ihren Gästen was Gutes Kauen Sie ein hochwertiges Bettsofa Kubische Optik, auch ideal für ein Gästezimmer oder ein Büro Und jetzt bin ich ruhig, schnappen Sie zu Und tschüss Und jetzt bin ich ruhig, schnappen Sie ein hochwertiges Bettsofa Und jetzt bin ich ruhig, schnappen Sie ein hochwertiges Bettsofa Und jetzt bin ich ruhig, schnappen Sie ein hochwertiges Bettsofa